Hey Leute, was geht und herzlich willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir sind heute mal wieder als das Carbomb da auf dem Unterfahrmung unterwegs. Heute mal wieder im schönen BMW X3, auf dem wir früher mal sehr lange gespart haben. Jetzt ist er nicht mehr ganz so besonders, deswegen fahren wir ihn jetzt wieder und ich würde sagen, let's go! Ähm, der ist soweit ich weiß Wanted, ja der ist Wanted, naja fährt in die Anrichtung weg, fahren wir direkt hinterher. Auch entspannt, ich bin da erstmal so ganz entspannt am Hauptplatz langgefahren und dann sehe ich den so, guck ich einmal auf die Zeit direkt Wanted. Gut, fahren wir direkt hinterher, weshalb ist er denn Wanted? Hat zwei illegale Items bei sich, dreht sich ein, okay. Viermal hat der Wing geschlagen, einen Juwelierraub und eine Soldhofbomb, ist okay, also eigentlich ist es nicht okay, dass er es gemacht hat, aber ist jetzt keine ultra spezielle Sache, heißt er hat jetzt auf niemanden geschossen oder ähnliches. Da er zwei illegale Items hat, na gut, kann sein, dass es vom Juwelier ist, kann aber auch sein, dass es vielleicht eine Waffe ist, noch eine, aber das weiß ich jetzt nicht, da ist es schön eingedreht. Wollte ins Parkhaus fahren, hat aber nicht so ganz geschafft. Wir können mit unserem X3 noch ziemlich gut mithalten, ist halt auch noch komplett repariert, das ist der Vorteil. Erster Unfall, der erste Unfall, sehr, sehr schlecht. Ich glaube, sein Fahrzeug ist kaputt, alles klar, ich konnte ihn nicht aus dem Fahrzeug tasern. Warum hat er platziert? Ja, und dann schieße ich. Anstatt da jetzt eh nicht lange hinterher zu laufen, Kollege ist auch vor Ort. Ja, tasern ist halt so schwierig, ja, ich schieße weiter. Wo ist er, wo ist er, ist er hier drin? Warum habe ich jetzt Illegal Fire Music bekommen? Es war noch keine Sekunde her, Bombe, lass mich. Könnte ich jetzt aber Taser endlich zum Glück und hoffentlich dann noch festnehmen. Ja, perfekt, sollten wir hinbekommen. Natürlich ärgere ich, dass wir minus 10 CP bekommen. Ja, Bugatti ist vielleicht wanted. Tue ich mir jetzt nicht an, bringe ich erstmal den Crime weg, weil ich habe ja gesehen, dass er eine Bombe hat. Das ist ja jetzt auch, waren ja auch keine 45 Sekunden her, glaube ich. Oder 3 Sekunden, nachdem man Schusserlaubnis verliert, egal. Das war es dann auch mit dem XP-Boost. Es ist ein Police Officer Down, wo haben wir das? Hinten im Tunnel, ja, fahren wir direkt hin. Ah, ne, nicht im Tunnel, hier hinten beim, keine Ahnung, beim IMD, I guess, wo. Ja, sieht aber alles ziemlich in Ordnung aus, würde ich sagen. Heißt, wir fahren weiter. Schüsse hinter uns, Schüsse hinter uns. Ja, da hinten ist auch einer Outdown, direkt los. Ja, scheint der Bugatti zu sein. Setzen wir uns vor ihn. Einmal getroffen mit der Sniper. Nochmal getroffen mit der Sniper. Ist down. Hier ist noch ein BMW, Kennzeichen, H5, 3. Ist nicht wanted, okay. Okay, die übernehmen das wahrscheinlich hier. Wir fahren zum Juwelier, denn dieser wird jetzt überfallen. Geben wir mal Vollgas. Hier sind ja genug Kollegen eigentlich. Da sollte ja einer auch reichen. Und dann geht's weiter. Ja, ich sehe ein BMW, Cabriolet. Ja, der fährt auch schon los. Konnte ich nicht tasern. Stop 6, maybe. Ja, ist eingeparkt, größtenteils. Stop 6 platziert, fährt er durch. Ja, fährt er durch. Zwei Platte, alles hart. Zwei Platte Reifen. Vielleicht waren schon welche Platten. Ne. Okay, das ist ein bisschen komisch, aber egal. Konnte ich immer noch nicht tasern, schade. Ja, dann nehme ich die Handschellen, I guess. Alles klar, so viel zu dem Thema. Ich würde sagen, so langsam wie er anfangen kann, ist er ein Handyspieler. Ne, er kann mit mir gehen. Ne, es backt. Ne. Wenn ich ihn jetzt loslasse, ist es kritisch. Nur ich muss ihn loslassen. Ja. Ja, ich bin unter der... Kann ich springen? Ne. Am besten bringt er mir ein Auto. Aber ich glaube, ja, ich lasse los einfach. Und... Ah, ich bin da. Hab ihn dann wieder getasert. Der Kollege nimmt ihn dann wahrscheinlich fest. Ne, doch nicht. Aber er kann wieder mit mir gehen. Was ist denn das? Ich muss ihn in irgendeinen... So, ich hab ihn jetzt erstmal hier reingesetzt. Und dann hole ich einmal mein Auto. Und dann lagere ich ihn hier um. Genau, einmal festnehmen. Und dann direkt hier rein. Jetzt ist er hier drin. Perfekt. Und jetzt können wir zum Gefängniscontainer-Schiffen. Zwei Mal überfallen. Fahren wir nicht hin, weil es zu weit weg ist. Wir haben eine versuchte Festnahme erhalten. Und ich denke mal, dass er gelieft ist. Ja, so sieht's aus. Dann fahren wir weiter. Was machen die denn hier? Was mich tatsächlich wundert, dass Corny immer noch Wanted ist. Also wurde er wahrscheinlich nicht festgenommen. Er liegt hier auch nicht mehr. Gut zu wissen. Wenn wir so einen schwarzen Bugatti sehen, könnte das sehr gut Corny sein. Heißt, wir müssen da auf jeden Fall aufpassen. Schwarzer Bugatti gesichtet. Fahren wir hinterher. Auf den wird schon fleißig geschossen. Es wird eine Vendingmaschine überfallen. Wo? Ist mir jetzt relativ egal. Hinten am Hafen, glaube ich. Zumindest sieht das aus. Ja, ist schwierig, da hinterher zu kommen so. Dankeschön, Turan. Folgendes hat ja nicht mal irgendein Ziel. Der läuft jetzt in die Bank rein. Wow. Ja, so haben wir, glaube ich, keine Chance. Gegen Porsche hatten wir noch Chance, wenn das Fahrzeug komplett repariert war. Aber so wird es auf jeden Fall sehr, sehr schwierig, denke ich mal. Allein der Top-Speed-Unterschied ist halt gottlos. Er hat 200, ne, 100 kmh mehr. Top-Speed und PS auch unfassbar. Er kommt zwar noch ganz okay hinterher. Aber auf Dauer werden wir das, denke ich, nicht halten können. Allein hier, wir sind gleichzeitig aufs Gas gegangen. Nicht sogar ein bisschen früher. Und er kann trotzdem easy wegziehen. Das ist halt kritisch. Okay, Schüsse irgendwie. Ah, Mist, ich bin über den Huckel und dann hat es mich eingedreht, bzw. ausgehebelt. Irgendwie so auf jeden Fall beim Juwelier waren Schüsse. Ja, Police Officer ist auch down. Ja, beim Juwelier, ja, gucken wir hin, glaube ich, denke ich. Wobei Conny halt auch wanted ist, bewaffnet ist, schon geschossen hat. Wir gucken, wir fahren jetzt wahrscheinlich beim Juwelier vorbei. Ja, hier steht aber niemand mehr. Wir setzen uns nicht vorhin, schade. Hatte ich gerade kurz zur Hoffnung, weil er verunfallt war. Wir haben nur noch sieben Liter am Tank. Das ist halt sehr, sehr kritisch auch. Ja, er geht jetzt vielleicht auf Offroad. Ja, nicht so richtig. Hat es auch nicht so ganz geschafft. Wir verunfallen. Mein Fahrzeug ist beschädigt. Stopsticks. Ja, schade. Die schießen schon, haben keine Schusserlaubnis. Vielleicht aufs Auto könnten wir schießen. Stopsticks jetzt. Nee, aber die schießen aufs Auto, wir schießen auch aufs Auto, I guess. Oder? Oh, er schießt zurück. Ja, okay, wir haben jetzt zwei Magazine rausgehauen. M4 hat nur noch ein Magazin. Entweder ist jetzt da nach rechts gefahren, weil da war ein AOLO. Okay. Nee, ja, da steht ein Bugatti, aber das war er nicht, glaube ich. Ja, er ist gelieft, dann ist er gerade gejoint. Komm. Warum stehen hier so viele Autos? Ich muss hier durch, ich muss hier durch, ich muss hier durch. Ich bräuchte ihn mal ganz dringend Backup, Leute. Also ist Schieffchen schon ordentlich viel auf ihn drauf eigentlich. Ist halt ärgerlich, dass er gelieft ist. Wir fahren mal zu Guess and Go tanken, weil nächste Verfolgung halten wir sonst nicht durch, denke ich. Schüssel rechts, ich glaube bei der Bank. Ja, hört sich nach Bank an. Könnte natürlich dann auch nur Polizei sein, die wieder irgendwie Schusstraining machen. Bin ich mir aber unsicht. Ja, sehr viele Schüsse, sehr viele Schüsse. Ja, Bank wird auch überfallen. Schüssel im Tresor. Angehittet. Ist down, okay. Auf dem Dach kann er ja dadurch dann niemand sein. Er hier ist auch ganz okay, liegt da. Und wir laufen dann mal raus. Und gucken, ob der vielleicht noch wen anderes hatte. Ich bezweifle es. Konj hat jetzt vier Sterne. Okay, wegen der Sulte feiern. Ja, gut. Schiss ist aber Schüsse, kann ich es draußen. Einmal getroffen. Kanz hat es mal getroffen. Bin hier ziemlich offensichtlich. Ist ausgestiegen. Ja, ziemlich wenig Energie mehr. Nehmt sich ein Keks sogar. SEK ist da. Hab ihn nochmal getroffen. Ey, wird getasert. Jetzt schießen die von hier hinten auch mal. Hinten ist auf jeden Fall Schusswechsel. Wir kommen mal mit unserem X-Preis. Dann müssen wir mal hinterher rüßern. Die EC fährt hier nach links. Fährt hier im Kreis. Okay. Ich glaube, er ist weg. Beziehungsweise vielleicht gelieft. Ich weiß nicht. Ja, ist gelieft. Schade. Links Schüsse. Links Schüsse. Sniper Schüsse. Da hinten ist ein Bugatti. Corny fährt weg. Wir müssen dann auch mal zum ADAC. Weil wir haben nicht mehr so viel HP. Gucken wir, dass wir dann aber vorher vielleicht den nochmal bekommen. Ja. Haben uns sehr interessant weg. Ja, das wäre meine Gelegenheit, Stop-Sick zu platzieren. Schüsse. Als wenn ich ihn nicht getroffen habe. Oh, bodenlos. Ne, ne, nicht. Sonst rumzulaufen, hallo? Oh, gottlos. Ne, 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 ne. Das tun wir uns nicht an. Und ich bin down. Ja, okay. Ärgerlich. Alles klar, wir sind wieder am Leben. Da ist Corny in 5D-Qualität. Ja, egal, passt schon. Ich war halt One-Hit, egal mit welcher Waffe. Kann man nichts machen. Wo ist der Sani hin? Sad. Egal, Corny ist jetzt down. Hätte ich vielleicht anders vorgehen müssen. Egal, passt schon. Ist auf jeden Fall ein Police-Officer down. Bei der Gessen-Go, ja, da ist auch jetzt viel los. Schade, dass kein Sunny kommt. Die Sani sind halt alle zu Gessen-Go gleich gefahren. Es ist ein Sunny da. Hat lang genug gedauert, würde ich jetzt mal so sagen. Wir haben noch dreieinhalb Minuten. Hinten beim Kreisverkehr ist auch eine down. Wir bekommen auf jeden Fall eine Bandage und eine schöne Infusion. Sehr, sehr wild. So, perfekt. Wir bekommen jetzt nochmal die letzte Infusion. Jetzt liegen wir. Genau, jetzt leben wir. Dann würde ich sagen, fahren wir weiter. Einmal alles nachladen. Gucken aber zum Kreisverkehr. Ja, jedoch denke ich nicht mehr, dass da was los ist. Wir werden aber sehen. Und dann müssen wir mal zur Wache. Und danach zum Rad erzählen. Alles einmal wieder topfit auf Vordermann bringen. Okay, soviel zu dem Thema. Links habe ich ja nicht mal weiter gehört, aber rechts fahren Schiff. Das war nur Polizei. Rechts fahren hier auch wieder Schüsse. Ja, beim Jubiläum. Ja, sehr viele wieder. Könnte natürlich wieder irgendein Polizist sein, der... Ja, nee, ist aber, glaube ich, der Bugatti. Ja, ist bewaffnet. Hat eine Sniper. Das tue ich mir nicht an. Backup einmal bitte. Ja, ich bin down. Ich wollte eigentlich erst probieren, meine Sniper zu schonen, aber... Klappt er nicht so. Alles klar. Unser Bahu Stammsanitäter ist wieder da. Die werden auf jeden Fall wiederbelebt. Und danach gucken wir mal. Ich denke mal, der Bugatti ist weg. Sieht danach zumindest aus. Dank fürs Wiederbeleben. Da, Bahu. Wir bekommen noch eine schöne Bluttransaison. Eine Van Dingmaschine. Wird überfallen direkt da hinten. Nein, 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 Sani. Okay. Dankeschön. Und jetzt kommt der Zug. Ja, das ist blöd. Ja, fährt ein Fahrzeug weg. Sieht nach einem... Keinen Namen. Bugatti könnte es sein. Ich sehe auf jeden Fall sein Licht. Müssen wir mal hinterher fahren. Gucken, ob wir den noch bekommen. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr schwierig, weil es halt wieder ein Bugatti ist. Und er ist gelieft. Perfekt. Es ist schon wieder jemand down. Wo haben wir den denn? Ich sollte im Tunnel nicht auf die Merle gucken. Ah, in der Straße vom Juve fahren wir hin. Ja, da sind auch weitere Schüsse. Müssen wir mal hinfahren. Ich bin gespannt, ob wir da noch wen vortreffen. Äh, vortreffen. Vorfinden werden. Ja, da fährt ein Porsche weg. Ne, sieht aber alles clear aus. Okay, perfekt. Alles klar, wir hatten eine ganze Zeit einen Crime drin, der gerade vor zwei Minuten dann endlich was gesagt hat. Ne, vor nicht mehr zwei Minuten. Habe ich nicht bemerkt. Ich habe ihn da auch nicht reingesetzt, leider. Oder leider. Ihm jetzt auch gut, auf jeden Fall. So Leute, das mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, das gerne ein Like und ein Abo da. Damit würdet ihr mich nämlich riesig anstützen. Ich würde sagen, ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.